Hallöchen, meine lieben Freunde der automobilen Schrauberkunst. Ich grüße euch. Letztes Video war ein bisschen Getüdel. Ich habe Stoßstange dran gebaut, Tür eingebaut, also Rahmen, Fensterscheibe, ETC, Innenraum, ein bisschen Alubetül geklebt und so weiter. Doch in dieser Episode, ich habe es doch getan, geht es um etwas ganz anderes. Und das zeige ich euch jetzt. Arne TV. Das ist ein Nüchtern wieder. So, und wie ihr seht, Thema Sitzbezüge. Das ist meine Farbkombo. Hier haben wir den eigentlichen Sitz und das lange ist die Rückenlehne. So, das wird in Schwarz mit roten Ziernähten, wie man sieht, und Beige abgesetzt in den Seiten. Und dann kommen hier an die Seiten und vornherum kommt wieder das schwarze Kunstleder. Das habe ich getrennt, sauber gemacht und so weiter. Das wird wieder dran genäht. Es ist sehr viel Arbeit. Das ist jetzt zum Glück der letzte Sitz. Rückbank ist fertig, Rückenlehne sind fertig, Armlehne ist fertig, ein Sitz ist fertig. Letzter Sitz, wie gesagt. Aber man muss eben, ich habe mir erstmal Schablonen gemacht, dann habe ich die ganzen Stoffteile zugeschnitten. Und wie man es hier noch so schön sieht, kommt unten drunter Vlies, ein bisschen aufpolstern das Ganze. Es kommt auch noch Polsterung auf den Sitz drauf, weil der Schaumstoff ist nicht mehr sehr gut. Dann näht man im Prinzip erstmal die Ziernähte. Dann näht man das alles auf diesen Vlies auf, damit das dann so aussieht letztendlich. Ja, dann wird das alles nochmal fein geschnitten und dann wird das im Prinzip so zusammengenäht, das Ganze. Und die Seite kommt natürlich da drauf. So, und wenn ich das gemacht habe, dann müssen hier noch Schlaufen rein. Die habe ich hier liegen. Alles natürlich hier aus meinem Material, was ich gekauft habe. Das wird im Prinzip hier, ja mit einer Hand ist das immer alles schwierig. So und so wird das zusammen, damit das auch richtig hält. Dann hat man eine Schlaufe, das kommt hier nochmal dran. Und da kommt ein Metallstab durch, weil das Ganze wird dann nach unten gezogen letztendlich. Auf zwei oder drei Punkten, damit man diesen Knick hat, diesen Wulst. Meine gute Nähmaschine, alte Nähmaschine ist am Start. Ich werde mich jetzt hier dran machen. Das werde ich nicht filmen, ich werde das Endergebnis euch dann zeigen. Vielleicht sogar auch erst im Auto, ich weiß nicht. Jo, so, da habe ich das zusammengenäht hier. Das ist wie gesagt die komplette Sitzfläche. Und jetzt kommen die Kunstlederteile. Als erstes kommt das hier hinten dran. Hier, das ist hinterher zum Spannen. Das ist Teil 1. Und dann kommt hier außenrum das Teil. Das ist dann das nächste. So, das ist soweit fertig, wie man sieht. Und es will auch schon eigentlich so ein bisschen in seine Form rein. Ja, immer wieder mit der Fusselrolle drüber. Das sammelt sich halt hier der Fusselkram. So, unten drunter sieht das Ganze jetzt so aus. Und hier habe ich mal so ein Stäbchen rausgucken lassen. Dass wenn das dann so steht letztendlich, dass man sich das mal vorstellen kann. Das wird dann so mit dem Stab eben komplett runtergezogen. Und an den Seiten hier, da habe ich jetzt nur die Schlaufe. Hier wird das dann auch nochmal reingezogen. Das Ganze. Genau. Also das kann jetzt auch drauf. Vorher muss man auch die Polster zum Aufpolstern schneiden. Und dann kann ich das aufziehen. Damit ist dann, sage ich mal, der Sitzbezug fertig. Dann kommt der Rückenbezug. So, meine Lieben. Bitum ist wieder drin. Was heißt Bitum? In dem Fall Alubitül. Und auch der Himmel ist wieder drin. Und die allerersten Teile von dem Teppichboden habe ich mir schon wieder hergeholt. Sauber gemacht. Beziehungsweise bestimmte Teile neu gemacht. Weil es war so, dass im Prinzip hier der Teppichboden war. Der ging hier ein bisschen runter. Dieses Seitenteil hier. Das ging auch ein bisschen runter. Plus das hier mit den Ecken hier drin. Und dann lag hier nur die Fußmatte drauf. Mehr gab es früher nicht. Und ich möchte das ein bisschen ändern. Dass ich hier unten drunter, also hier drauf auch noch Teppichboden habe. Und dann kommen die Fußmatten drauf. Und deswegen habe ich mir neuen Teppichboden organisiert. Der ist jetzt ein bisschen dunkler, okay. Aber da werde ich einige Teile von neu machen. Weil einige Teile halt sehr, sehr morsch waren. Und so wie das Teil zum Beispiel. Das wird mein eigentlicher Teppichboden. Das gleiche gibt es dann für vorne. Und für die Seite natürlich. Und hier. Und dann habe ich das alles schick. Und dann kommen die Fußmatten drauf. So ist zumindest der Plan. Mal gucken, ob das alles so aufgeht. Teppichboden habe ich genug. Auch noch für den Kofferraum. Deswegen ist der nämlich auch noch nicht angeklebt. So. Hier geht das mit den Themen ganz sprunghaft von rechts nach links. Vorhin noch ein bisschen Interieur. Und jetzt habe ich noch mal ein bisschen hier Kram gebastelt. Ja super. Lampe. So und zwar. Habe ich jetzt hier auch alles schick. Hier ist auch alles schick. Ist alles drin. Wie sich das gehört. Meine letzte Bremse habe ich eingebaut. Oder Bremssattel habe ich eingebaut. Alles schick soweit. Kiste schon wieder abgedeckt. Warum? Ja. Das was ich angekündigt habe. Die letzten Blech- und Lackierarbeiten. Und wie man sieht. Das sieht jetzt gar nicht so toll aus im Moment. Muss ich gestehen. Das ist die Tür. Wo ich nicht genau wusste wie es weiter geht. Jetzt werde ich versuchen das beizulackieren. Mal gucken ob mir das gelingt. Ja. Gibt es ja ein paar Anleitungen dazu wie man das macht. So mit Taschen und diesem ganzen Kram. Ich probiere das jetzt einfach mal aus. Mal gucken ob das funktioniert. Und dieser Streifen hier unten. Der kriegt wieder Steinschlag. So wie es im Original auch war. So. Trotzdem spachtel ich das natürlich ordentlich. Und mache da eine ordentliche Oberfläche. Bin halt ein bisschen penibel was das angeht. Und das muss natürlich 100%ig sein. Und da bin ich mal gespannt wie das aussieht. Zum Schluss. So. Die Bearbeitung der letzten Blechteile für die Lackiervorbereitung. Und auch bei mir läuft nicht alles immer nach Plan und 100%ig. Ja. Die Arbeit eines halben Tages wurde gestern Abend noch mal kurz vernichtet. Mir ist alles hochgekommen hier an der Stelle. Und zwar genau so wie man das hier sieht. So. Ich habe dann gestern Abend aufgehört. Warum auch immer. Da hat der alte Lack unten drunter reagiert. Hier die ganze Stelle auch. Die ganzen Ecken hier unten. Ja. Und jetzt bin ich halt wieder am Schleifen das Ganze glatt zu kriegen. Anzugleichen. Damit ich dann irgendwann mal mit dem Lack beginnen kann. Ja meine Lieben. Ein kurzes Zwischenupdate zu meinen Lackierarbeiten. Die Tür Innenseite ist komplett fertig. Ich habe jetzt hier noch eine Stelle die beilackiert werden muss. Wie ihr euch erinnert hier war die riesen Delle mit diesen riesen Kratzern drin. Ich habe die nicht rausgedrückt gekriegt. Also habe ich hier mir jetzt wirklich mich dazu entschlossen das beizulackieren. Die Kotflügel. Die ihr hier seht. Da ist die Beilackierung zumindest mit dem Lack schon passiert. Da fehlt jetzt noch der Klarlack. Bei der Tür ist hier unten der Steinschlagschutz neu gekommen. Der ist auch lackiert mittlerweile. Und hier geht es jetzt um die Innenkanten. Die sind noch grau. Also die Tür muss einmal gedreht werden. Einmal von innen aus lackiert werden noch. Und dann ist das auch Geschichte. Hier fehlt dann noch der Klarlack. Genau wie da. Das mache ich dann alles in einem Rutsch. Und dann bin ich mit den Lackierarbeiten, was die Blechteile angeht, erstmal fertig. Ein Teil habe ich dann noch. Motorhaube. Ist das letzte Teil, was ich mir dann nochmal genauer angucken muss. Und ich weiß, da gibt es auch noch was zu tun. Des Weiteren ist es so, ich habe mir den Motor vorgeholt. Den habe ich nochmal geputzt und sauber gemacht. Ich habe ein paar Wellendichtungen gewechselt. Nichts Großartiges. Auch Off-Cam alles gemacht. Soweit. Der hat jetzt nochmal ein bisschen Liebe bekommen von mir. Da sind noch so ein paar. Ja, ich kann halt nicht anders. Da sind noch ein paar neue Schrauben reingekommen, wie man sieht hier. Ich habe den Deckel geschrubbt. Ich habe hier die Unterdruckdose nochmal mit Farbe versehen, weil die total vergammelt war. Und, und, und. Ich bin aber noch lange nicht fertig. Der gefällt mir so noch nicht. Da muss ich nochmal ran. Das Einsetzen wird auch ein extra Video werden. Also das wird nicht hier passieren. Der Motorraum als solches, ja, den kennt ihr ja mittlerweile so, äh, schon. Ähm, das ist jetzt in dem Status, wo im Prinzip der Motor rein kann. Ja, es gibt so ein paar Kleinigkeiten noch zu erledigen. Kleinigkeiten heißt, hier für den Anlasser zum Beispiel hier, da fehlt mir noch ein Schuh. Dann, das muss ich noch zusammen löten. Da fehlt mir noch hier so ein Elektroschuh. Der muss da noch dran. So, der liegt hier auch schon. Sonst ist hier soweit alles grün. Die Wasserschläuche sind mittlerweile auch drin. Die Unterdruckschläuche sind nochmal getauscht. Das sind jetzt die richtigen, die auch richtig fest sind vom Gewebe her. Ja, die sind alle komplett verlegt. Ja, Überlaufbehälter ist drin für die Servopumpe. Ähm, der Servobehälter für das Servoöl ist drin. Dieser Schlauch hier, den bekomme ich noch neu. Den habe ich bestellt. Ja, weil das ist ein Getüdel gewesen hier. Da ist hier unten einfach nur dieses Ding hier mit einer Schlauchstelle dran. Ähm, die sind normalerweise verpresst. Ich will da kein Risiko eingehen. Deswegen, es ist kein Druck auf der Seite. Der Druck ist auf der Seite. Also alles, was reingeht, was zurückkommt. Ja, deswegen ist da oben ja auch nur, in Anführstrichen, nur, ähm, eine Flügelmutter drauf. Da ist auch ein Loch drin. Also hier entlüftet das Ding auch gleichzeitig. Also auf der Seite ist überhaupt kein Druck. Dennoch möchte ich lieber einen Originalschlauch haben. Ähm, dann ist es so, ich habe an dem Motor noch zusätzlich verbaut. Nicht original. Ich habe noch einen Öl-Temperatursensor verbaut und einen Öldrucksensor verbaut. Und das ist ein Öldruckschalter-Lautplan. Was auch immer der schaltet. Also der macht das Licht an und aus im Cockpit. Gut. Lautschaltplan. Und dazu habe ich mir jetzt hier ein bisschen Litze bestellt. Die liegt hier auch schon. So, hier. Und diese, diese Litze, die muss natürlich ins Cockpit. Und, ähm, die werde ich jetzt gleich, äh, verlegen. Und, äh, will die in den Originalkabelbaum, der hier unten irgendwo rumkullert. Muss ich mal gucken, ob ich den finde. Hier. Hier ist der Originalkabelbaum hier. Da soll das mit rein. Und zwar, müsste ich jetzt mal kurz überlegen. Ähm, das ist, ähm, der Stecker hier. Der Stecker. Ja, ich musste kurz auf meine Fähnchen gucken hier. Der Stecker ist das. Der geht normalerweise an den Öldruckschalter. Und hier kommen, kommen die Kabel mit hinzu. Die sind auch beschriftet. Ja, damit jeder weiß, ähm, wenn man da drauf guckt, wofür die Kabel eigentlich sind. Und das wickele ich da mit rein. Und dann geht ja ganz normal hier unter dem, unter dem Batteriefach, geht der, geht der weiter bis da vorne hin. Geht dann hier am Holm hoch, hier, hier wo der Scheibenwischermotor liegt, hier durch und verschwindet dann quasi im Innenraum des Fahrzeuges. So ist mein Plan. Das werde ich jetzt als nächstes tun. Ja, das sind jetzt so die kleinen Feinheiten, die jetzt noch gemacht werden müssen. Aber im Großen und Ganzen, es ist jetzt wirklich Endspurt angesagt hier. Ja, also wenn die Türen, die Türen und die Kotflügel soweit endlich soweit sind, dann habe ich das Größte und Gröbste wirklich hinter mir. Also dann denke ich, da kommt nicht mehr viel auf mich zu, was Rost angeht und Schweißen und sowieso. Ja, was ich ja gesagt habe, die Bleche, ich kann das auch gerne nochmal zeigen. Jetzt muss ich gucken, welche Seite das ist. Ja, die Seite hier, Blech, ja, habe ich, genau wie ich es gesagt habe, habe ich eingeklebt. Auch unten die Bleche, ähm, da unten und auch auf der Seite hier, da habe ich ja, hier habe ich das ganze Ding hier nachgebildet. Die sind alle geklebt. Da habe ich jetzt keinen riesen Aufriss gemacht. So finde ich das schon relativ gut. Es ist auch schön reingenebelt, sodass ich hier mit dem Klarlack weiterarbeiten kann. Das werde ich alles nochmal, ich glaube, ich werde es nochmal kurz anpetten, damit, weil das ist jetzt eine Nacht alt. Ich habe das jetzt über Nacht trocknen lassen hier, den, den Lack. Und, ähm, dann werde ich da nochmal schön mit dem Klarlack reinnebeln. Aber vorher will ich halt die Farbgeschichte zu Ende bringen, damit ich mit der Farbe durch bin. Genau, das sieht im Moment noch ziemlich wild aus, aber das wird alles. Und, ähm, hier habe ich zum Glück auf der Oberfläche nichts. Das Einzige, was ich vergessen habe, ich Ochse, ich wollte diese Kante hier mit lackieren. Ja, da ist natürlich jetzt keine Farbe drauf, egal. Muss ich da nochmal machen. Ja, das sind so die nächsten Schritte, die ich einleiten werde jetzt. Und, wie gesagt, das ist jetzt wirklich hier der absolute Endspurt. Dann kann das nämlich alles ans Fahrzeug. Ja, da kann ich meinen restlichen Teppichboden kleben. Gestühl wieder rein. Und, ähm, ja, dann geht es an die ganzen Flüssigkeiten, ne. Wasser auffüllen, Kühler muss noch rein, ETC und so weiter. So ein bisschen ist da noch zu tun. Und so ein paar Schönheitskorrekturen oder Schönheitsdinger sind noch zu tun. Aber ich will die Kiste jetzt nicht abdecken. Ich erkläre es euch nur kurz. Ähm, hier oben vom Dach hat man ja hier die Kante. Ja, ich kann die mit dem Finger mal so andeuten. Hier ist die Kante oder anders. Mache ich es doch anders. Ich mache es für euch doch anders. Damit ihr das auch alles seht, was ich meine und was ich vorhabe. So, jetzt muss ich das hier so ein bisschen festhalten, damit mir das nicht runterrutscht. Hier ist die Kante, hier. Hier ist die Kante zur Zierleiste, so. Und da ich mittlerweile weiß oder mitgekriegt habe, dass die Gummidichtungen auch wirklich nicht mehr die besten sind, ähm, und hier natürlich auch immer das Wasser drin steht, ähm, werde ich das alles sauber machen. Und ich werde hier eine ganz dünne Naht mit Zika-Flex bis genau hier hin ziehen. Ja, dass das wieder zu ist. Das ist ja die Regenrinne. Und auf der anderen Seite habe ich das auch schon gemacht. Und das läuft hier in dem, ja, in diesem Alu läuft das hier runter und kommt eigentlich hier unten raus und soll dann hier am Innenkurtflügel runterlaufen und unten raus tropfen. Das Problem ist nur, hier kann ich meinen Finger reinstecken und ich hätte das ganz gerne, das Wasser so ein bisschen in die richtige Richtung gebracht. Ja, also soll nicht hier runterlaufen und mir in die Tür reinlaufen ständig, sondern ich werde das bis hier hin zumachen, dass das Wasser wirklich hier runterläuft. Ja, dass das Wasser hier runterläuft. Das ist mein Plan und das werde ich auch ein bisschen mit Zika zumachen, dass nur noch hier ein Schlitz bleibt, wo das Wasser dann runterlaufen kann. Nachteil ist, der Schlitz ist natürlich sehr klein, wenn da oben Dreck reinfliegt, hat man eventuell ein Problem. Aber so viel Wasser oder so viel Regen soll der ja gar nicht mehr abkriegen. Das ist ja nur noch ein schönes Wetterauto zum Schluss. Ähm, ja, das soweit zu meinen Plänen. Und wenn ihr jetzt hier so guckt, hier, warum ist das matt? Ja, das ist alles schon mit Wachs eingeschmiert hier. Ja, das werde ich hier auch nochmal machen. Hier runter werde ich das alles mit Wachs, mit Konservierungswachs einschmieren, genau wie ich das hier drin gemacht habe. Ähm, einfach damit es nicht gammelt, weil das sieht man ja alles nicht mehr hinterher. Ja, und dann sieht man auch nicht, ob es blüht. Ja, das sind so meine nächsten Sachen. Ähm, Scheibenbüschermotor habe ich auch nochmal ein kleines Issue, beziehungsweise eine kleine Aufgabe vor mir. Ja, weil der funktioniert hier zwar, aber da habe ich keine Intervallschaltung. Ja, der kann nur langsam oder schnell. Ähm, aber ich hätte gerne einen mit Intervallschaltung. Da habe ich mir jetzt einen anderen gekauft, der einen Anschluss mehr hat, letztendlich. Und, ähm, da muss ich dieses ganze Gefrickel, was ich hier gemacht habe, hier, ja, ähm, muss ich dann an dem anderen nochmal neu machen. Aber das ist nicht das Problem. Äh, das kriege ich hin. Und, da kann ich hier auch dieses originale, ähm, diesen originalen Anschluss wieder verwenden. Und, dann kommt das mit dem Gestänge hier wieder rein. Und dann ist das auch gut. Genau, so. Also, ja, und die Arbeit geht natürlich dann nicht zu Ende, ne, da muss ich noch Bremsen entlüften. Wie gesagt, Wasser auffüllen, äh, also Kühlwasser auffüllen. Ich muss noch die Servopumpe wieder befüllen, entlüften. Ja, so langweilig wird mir nicht. Der Auspuff muss noch drunter. Also, da gibt es noch einiges zu tun. Aber jetzt erstmal Schritt für Schritt. Wir fangen jetzt erstmal hier, oder ich fange jetzt erstmal hier mit dem Kabel an, damit ich die Kabel drin habe. Damit ich dann auch meine Anzeigen, äh, verbauen kann im Cockpit. Damit ich weiß, wie viel Öltemperatur und Öldruck die Kiste macht. Jo, 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 meine lieben Freunde. Es ist soweit. Ich gebe euch mal ein Update, wie weit ich jetzt mit dem Motor gekommen bin. Also im Prinzip, nein, nicht im Prinzip. Er ist einbaufertig. So, hier steht das gute Stück. Und ich muss gestehen, der macht echt wieder einen schicken Eindruck. Also ich habe da auch wirklich alles gegeben. Da sind jetzt auch schon die ersten Unterdruckschläuche dran. Ja, auch die dünnen Unterdruckschläuche für die Frühzündung. Ein paar Wasserschläuche habe ich schon dran gebaut. Ähm, die ganz normalen Zündkabel sind drin. Ja, mein Lüfterrad ist vorne drauf. Riemen sind, Riemen sind drauf. Alles das, was ich so vorbereiten konnte, habe ich jetzt vorbereitet. Und die Kiste kann da rein. Doch alles weitere, wie es weitergeht, erfährst du in einem weiteren Video. Für dies reicht es heute. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.